Lübbe Audio Adels von Emma Jane Unsworth Es liest Julia Nachtmann Prolog Soho Square Hier sitze ich und warte auf sie, schlenkere unter der Bank mit den Beinen. Sie wird bald da sein. Sie weiß, wo sie mich findet. Adrenalin. Ich drücke meine Arme, tippe die Zehen auf den Boden. Gott, wie ich das Warten hasse. Habe ich das all die Jahre gemacht? Auf sie warten? Vielleicht hatten die ganzen Therapeutinnen ja doch recht. Vielleicht ist Psychotherapie ja doch nicht nur eine miese Bühnenshow, mit der man sich nicht traut, auf Tour zu gehen. Ich schaue mich um, sehe, wie die anderen plaudern und posieren und sich neu positionieren, sich an diesem kalten Freitag die Zeit vertreiben. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und die Stadt ist überall beleuchtet. Die Leute lächeln zu viel, trinken zu viel, wollen zu viel, tragen zu viel Glitzer. Nichts führt einem die Vergänglichkeit des Lebens mehr vor Augen als Glitzer. Ich schaue Richtung Nordeingang. Und genau in diesem Moment erblicke ich sie. Zerzaust sieht sie aus, zieht sich den Mantel über. Sie sucht die Bänke ab, entdeckt mich und erstarrt. Ich winke ihr zu. Sie neigt den Kopf zur Seite und zwinkert, als berufe sie sich damit auf eine uralte Übereinkunft zwischen uns beiden. Als liefe das alles hier nach Drehbuch ab, als sei es irgendein genialer Insiderwitz. Ich starre sie leidenschaftslos an. Ich spiele nicht mit. Sie starrt zurück. Die Königin ist schachmatt. Jetzt geht sie auf mich zu. Angezogen erkenne ich sie kaum. Was bei der eigenen Mutter eine ziemlich sonderbare Tatsache ist. Einige Monate zuvor Hallo, Welt! Es ist fünf nach zehn und ich stehe am Frühstückstresen meines Coworking Space in Ostlondon an. Draußen ist es herbstlich, aber schwül und ich habe zu viel an. Meine Achseln sind nass und ich frage mich, ob ich mir in der Mittagspause nicht schnell ein neues T-Shirt kaufen soll. Gestern Abend habe ich das Dahl-Curry-Rezept aus einem billigen Veggie-Kochbuch ausprobiert, das ich mir in einem Charity-Shop gekauft habe. Und ich sage euch, es war sensationell. Jetzt verfasse ich einen Post zu einem Croissant, der meine Persönlichkeit um einige entscheidende Facetten bereichern wird. So viel steht fest. Ich starre auf mein Handy. Mit dem Foto bin ich einigermaßen zufrieden. Ich habe den Clarendon-Filter benutzt, um die Tiefen und Höhen zu akzentuieren, wodurch die helleren Bereiche heller und die dunkleren Bereiche dunkler erscheinen. Für den künstlerischen Touch habe ich ihm noch einen weißen Rahmen verpasst. Das Foto hat, soweit man das von Bagwan behaupten kann, etwas Überirdisches. Nur der Text erweist sich als äußerst mühsam. Mittlerweile habe ich derart viel daran herumgefrickelt, dass ich kein Gefühl mehr dafür habe, ob er Sinn ergibt. Das passiert mir ziemlich häufig. Ich grübele so oft über die Worte nach, mache mir Gedanken, wie sie bei den anderen ankommen, wie sie noch verbessert werden können, dass ihnen der ganze Schwung verloren geht. Ich kriege Lampenfieber. Für mich existiert jetzt nur noch dieses kleine Quäntchen menschlichen Daseins. Die restliche Welt ist verschwunden. Es ist wie in Alien 3, als Ripley zum Alien sagt, du bist schon so lange in meinem Leben, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ohne dich ist. Früher dachte ich, damit sei das Muttersein gemeint. Heute weiß ich, dass es die sozialen Medien sind. Ich starre auf den Bildschirm. Gebäck, Juhu, Ausrufezeichen, Hashtag Gebäck. Ist das wirklich die perfekte Darstellung meiner gegenwärtigen Erfahrung? Ich streiche das Juhu-Ausrufezeichen und das Komma. Gebäck, Ausrufezeichen, Hashtag Gebäck. Ich starre erneut auf den Bildschirm. Ich versuche, zu meiner ursprünglichen Eingebung zurückzufinden, mich von ihr leiten zu lassen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Darum sollte es bei uns Mit-30ern ja schließlich gehen, um die unablässige Befragung unserer selbst. Lasst uns den Mut aufbringen, das zu ändern, was wir ändern können. Und das Geld für die Therapeutin, die uns hilft, das zu akzeptieren, was wir nicht ändern können. Was möchte ich über Gebäck eigentlich wirklich sagen? Welche Gefühle löst Gebäck in mir aus? Warum ist es mir genau jetzt wichtig, dass ich das poste? Ich lösche das Ausrufezeichen und starre auf die zwei übrig gebliebenen Wörter. Es handelt sich um ein und dasselbe Wort, nur dass eines davon mit Hashtag versehen ist. Wollen die beiden das Gleiche sagen oder jedes etwas anderes? Bringt die Wiederholung einen Mehrwert? Lohnt es sich, eines davon ohne Hashtag zu schreiben, damit die ursprüngliche Stimmung anhält, unberührt von digitalen Symbolen? Ich muss das unbedingt hinkriegen. Die Leute sollen sofort auf den ersten Blick wissen, dass es hier um Gebäck in seiner reinsten Form geht. Um Ur-Gebäck. Ich lösche den Hashtag und damit lautet der Beitrag nur noch Gebäck. Punkt. Mit oder ohne Punkt? Ein Punkt sieht immer entschieden und gebieterisch aus, aber es sieht auch irgendwie locker und lässig aus, wenn ein Mensch den Satz einfach so stehen lässt. So nach dem Motto, Och, ich bin einfach so wahnsinnig busy mit meinem tollen Leben, dass ich noch nicht mal Zeit für Satzzeichen habe. Die klägliche Wahrheit aber lautet, dass ich es mit Satzzeichen übertreibe, wenn ich gestresst Schrägstrich aufgeregt bin. An einem guten Schrägstrich schlechten Tag bringe ich es auf vier Ausrufezeichen. Ausrufezeichen sind die Satzzeichen der Wahl, um sich bei den Lesenden einzuschleimen. Mit ihnen wirken wir eifrig und zugänglich. Ich freue mich voll mit dir zu reden, Ausrufezeichen. Mit dir vier Ausrufezeichen. Ich achte immer auf die Satzzeichen der anderen. Schickt mir ein Mensch eine Nachricht ohne Ausrufezeichen oder Küsschen, respektiere ich ihn. Und dann denke ich noch, ist er deprimiert? Habe ich ihm irgendwas getan? Manchmal schicken die Leute reihenweise Emojis, dann will ich sie einfach nur umarmen. Geh weg. Perfekt. Ja, ich denke, das sagt alles. Hm. Aber reicht es? Echt? Oh Gott, ich weiß es. Einfach. Nicht. Was hätten Sie gerne? Hanes schaue ich auf. Ich bin an der Reihe. Äh. Ich schaue mir die Croissants auf der unebenen Steinplatte an. Und mir wird schlagartig klar, dass da etwas nicht stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin eine aufmerksame Beobachterin, dass eines der Croissants von gestern ist. Es sieht starrer als der Rest aus, wie es da vorne so gekrümmt ist, als sei es steinhart. Es hat eine deutlich andere Textur und Farbe als die anderen. Keine Ahnung, ob das auf ein höheres Alter hindeutet oder auf eine Bakterienverseuchung oder was. Wie konnte mir das nur entgehen? Ich weiß ganz genau, dass ich dieses Croissant kriegen werde, wenn ich eines bestelle. Ich fühle mich gelähmt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin nicht imstande, ein bestimmtes Croissant zu verlangen, obwohl ich definitiv der Meinung bin, es zu verdienen. Ich kalkuliere das mal kurz. Vor mir liegen acht Croissants und das Mangelhafte ist eher auf meiner Seite als auf der Seite der Bedienung. Also ist es eher unwahrscheinlich, dass ich in den sauren Apfel beißen muss. Ich atme aus. Ich beschließe, es darauf ankommen zu lassen. Diese Croissant-Erfahrung ist extrem wichtig für mich, denn sie ist nun mal der Plan. Ich spreche. Ein Croissant, bitte. Die Bedienung nickt, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund schickt sie sich an, das Croissant der Verderbnis aus dem vorderen Bereich zu nehmen. Ich rufe. Oh, hey, Entschuldigung. Könnten Sie mir bitte irgendein anderes Croissant geben? Ich sage es ängstlich, aber auch in dem unumstößlichen Wissen, dass ich das Recht auf meiner Seite habe. Die Mundwinkel der Bedienung zucken. Langsam sagt sie, die sind alle gleich. Ich sage, kann ich bitte einfach eins von hinten haben? Danke. Alle schauen mich an. Sie spricht noch langsamer, als sei ich eine Idiotin. Aber die sind alle gleich. Das eine hat eine bisschen andere Farbe, finde ich, sage ich etwas leiser. Sie wirft einen prüfenden Blick auf die Croissants. Auch der Typ hinter mir in der Schlange tritt nach vorn, um es sich anzuschauen. Der Barista wendet sich von seiner Gatchia ab und kommt rüber. Die Kassiererin. Alle schauen es sich an und dann gaffen sie mich an. Hat mir nur irgendwie besser gefallen, flüstere ich. Nehmen Sie doch bitte einfach irgendeines. Sie lässt das Croissant in eine Papiertüte fallen, wobei sich der Boden ausbeult. Ich halte meine Karte an das Lesegerät und bete, dass es piept. Piep, gefälligst, verdammtes Ding. Piep, du verficktes Dreckskack-Ding. Es piept. Ich stürme davon. Ich renne aufs Damenklo, schleudere die Tüte in den Müll und heule eine Runde. Passt schon. Im Werkhaus heult andauernd irgendwer. Es gibt da diese schallisolierten Kabinen für private Telefongespräche im Empfangsbereich. Aber im Grunde heulen sich die Leute dort einfach nur aus. Als ich fertig bin mit Heulen, mache ich Pipi. Beim Abwischen achte ich wie immer darauf, ob Blut zu sehen ist. Ich schaue auf mein Handy. Geh weg. Die Empfindung bleibt die gleiche, auch wenn sich die Realität anders dargestellt hat. Und auf die Empfindung kommt es schließlich an. Geh weg. Irgendwie ist es perfekt. Sachlich. So ganz 100% überzeugt bin ich aber noch nicht. Mir fällt etwas ein, das Susie Brambles in ihrem ultimativen Insta-Guide gesagt hat. Nimm stets deinen ersten Entwurf. Ich ändere zurück zu Geback, Juhu-Ausrufezeichen, Hashtag Geback. Alles klar. Jetzt bin ich kurz davor, die Sache durchzuziehen. Jetzt braucht es nur noch einen letzten Blick von Kelly. Kelly ist meine älteste Freundin und die Social-Media-Redakteurin meines Vertrauens. Schaust du hier bitte noch mal drauf, bevor ich es poste? Hör auf, ich will nichts mehr davon wissen, habe ich gesagt. Bitte. Jeden Tag bombardierst du mich damit. Das macht mich irre. Nein. Gar nicht jeden Tag. Fast jeden Tag, Alter. Bitte, heute ist sowieso schon alles ganz übel, vier Ausrufezeichen. Ich habe gerade ein ramponiertes Croissant verkauft bekommen. Nein. Ich flehe dich an. Ich kann dieses Verhalten nicht gutheißen. Welches Verhalten? Drei Fragezeichen. Diesen Irrsinn. Das kann nicht gesund sein und nicht authentisch. Authentisch? Drei Fragezeichen. Neulich hast du in einem Post behauptet, wir wären zusammen aufgewachsen. Dabei haben wir uns mit 22 kennengelernt. War einfach die bessere Story. Außerdem stimmt es fast, weil wir beide im Norden aufgewachsen sind. WTF? Charlie Chaplin hat auch mal einen Doppelgängerwettbewerb verloren. Zweifaches WTF? Na, wir legen doch notgedrungen alle einen Filter über unser Leben, oder? Egal, was für ehrliche Menschen wir sind. Interpretiere bloß nicht zu viel rein in dein Problem. Das Leben ist kein Doppelgängerwettbewerb. Habt ihr den Beitrag gerade geschickt? Bitte um kurzes Feedback. Fuck off. Sie wird drüber lesen. Ich weiß es. Sie weiß eh nichts mit sich anzufangen, bevor ihre Schicht an der Rezeption beginnt. Außer sich Tutorials über das Entfernen von Mitessern anzuschauen, was ihr irgendwie das Gefühl zu geben scheint, das universelle Gleichgewicht sei wiederhergestellt. Nach ein paar Minuten kommt ihre Antwort. Alles gut. Weiß echt nicht, worüber du dir so einen Kopf machst. Danke dir. Kuss. Küsschen für sie. Hoffentlich kann sie mein Danke dir wirklich spüren. Meine an Liebreiz grenzende Galanterie. Galanterie. Ein paar Sekunden später schreibe ich ihr, hast du auch wirklich drüber nachgedacht und nicht einfach schnell was hingetippt? Es kommt keine Antwort. So ist Kelly manchmal. Macht komplett dicht. Richtig krass war es, als ich mit meinem Ex Art zusammenkam, in jenen aufregenden Zeiten heftigen Anbundelns, und sie meine Nachrichten an ihn checken sollte. Manchmal braucht es eben einfach eine zweite Meinung, oder? Wofür sind Freunde da? Kelly stammt aus dem Norden, aus Yorkshire. Sie die weiße Rose Yorks, ich die rote Rose Lancasters. Ein Engel ist sie für mich. Allerdings hat sie angefangen, mich in aller Öffentlichkeit zu untergraben, was mir langsam auf die Nerven geht. Beispiel. Letzte Woche habe ich ein Foto von einer mit Laub bedeckten Parkbank gepostet, mit dem Text Herbst, du warst mir schon immer am liebsten. Und ihr Kommentar war, glaubst du, das macht dich zu einer komplexeren Persönlichkeit? Einige Tage später habe ich die charmante Aussicht auf ein Feld gepostet, und sie kommentierte, da ist nix zu sehen, Alter. Nicht wirklich das, was man von einer guten Freundin erwarten würde. Aber, würde ich gefragt, wer mich am besten kennt, wer mich am meisten liebt, wen ich am meisten liebe, nun, dann wäre die Antwort sonnenklar. Kelly fasziniert mich. So einfach ist das. Sie fasziniert mich. Wir haben uns vielleicht ein Stück weit auseinandergelebt, aber wir haben die Art von Freundschaft, die es verkraftet, wenn die andere gefühlsmäßig mal auf Abstand geht. Ganz locker und unverbindlich ist es zwischen uns. Wie bei einer offenen Beziehung. Kelly hat einen Sohn, Sonny. Ich kenne die beiden seit zwölf Jahren, obwohl ich ihn genau genommen zuerst kennengelernt habe. 14 Jahre ist er jetzt alt. Kelly ist von ihrem Ex an der Uni schwanger geworden, mit dem sie schon bald nichts mehr anfangen konnte. Er hat inzwischen ein Kind mit einer anderen und ist ein hartgesottener Aktivist, der LKW blockiert. Kelly und er haben einmal sechs Wochen auf einem Baum ausgeharrt, während ihrer Schwangerschaft, und ungefähr zu dieser Zeit ist ihr wohl klar geworden, dass die Beziehung keine Zukunft hat.